Mein Name ist Timo Karabetzos und ich komme vom Snickers Concept Store aus Kaltenkirchen. Wir sind ein Anbieter für hochwertige und professionelle Arbeitsschutzutensilien, vornehmlich Berufsbekleidung. Und heute sind wir hier auf der Nordbaumesse in Neumünster und präsentieren die Marke Snickers Workwear mit ihrer gesamten Farbvielfalt und den neuesten Trends in der Berufsbekleidung. Workwear umfasst grundsätzlich erstmal alle Bereiche, die Kleidung, die Schutzfunktion für Personen mit einhergeht. Es können unter anderem Feuerwehrleute sein für Feuerwehrstiefel, die Schutz vor Flammen bieten, aber genauso natürlich ein Handwerker, der eine gute Regenjacke braucht, um vor Nässe, Kälte etc. geschützt zu sein, um dann auch gesund wieder nach Hause zu kommen. Und zwar ist schwarz die Hauptfarbe für alle Gewerke, dennoch gibt es Unterschiede, zum Beispiel im Elektrobereich wird sehr gerne rot getragen, im Garten- und Landschaftsbau findet man oft Töne wie grün und braun und im SHK-Bereich dunkelblaue oder kornblaue Töne. Wir sind hier schon seit über 20 Jahren Aussteller und mögen die Messe sehr gerne, weil wir hier unser gesamtes Zielpublikum abholen können und alles, was das Thema Handwerk, Bau und auch Trends in den Gewerken betrifft, hier auf der Messe vertreten ist. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de